Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute habe ich eine kleine Putzmotivation für euch, denn ich habe hier in der Küche so einiges angestellt. Ihr werdet es jetzt sehen und ja, da gibt es ein bisschen was zu tun. Viel Spaß! Ja meine Lieben, ich gebe euch mal einen Überblick. Der Tisch, der sieht so aus. Wir haben gerade Abend gegessen. Ihr seht, draußen wird es allmählich dunkel. Es ist nur noch ein klein bisschen blau da im Himmel. Ja, es gab Möhren untereinander. Das Video dazu bekommt ihr jetzt die Tage dann auch zu sehen. Ich glaube nächste Woche. Und ja, der Rest der Küche, der sieht nicht viel besser aus. Ich habe heute Vormittag gebacken und zwar habe ich die Waffeln hier gemacht. Das habe ich auch gefilmt. Das kam jetzt vergangenen Sonntag online. Und dann habe ich noch Pancakes und Bananenbrot gemacht. All die drei Sachen oder die drei Sachen, nicht all, das wird eingefroren. Denn die Pancakes und die Waffeln, die lassen sich super dann Toaster aufwärmen. Super lecker wie frisch gebacken. Und das Bananenbrot eine Minute in die Mikrowelle. Heidelbeeren drauf und ihr habt ein richtig geiles Frühstück. Ja, das Ganze muss noch in Ziploc Bags gepackt werden. Ich zeige euch gleich wie und ja, dann in den Froster kommen. Ja und auch hier ihr seht, Bratwurst ist immer eine spritzige Angelegenheit. Alles ist hier ja voll und dreckig und muss dringend in Ordnung gebracht werden. Von daher rangern die Buletten. Ich räume jetzt erstmal die Spülmaschine ein. Danach machen wir uns hier an die Lebensmittel und dann wird alles rundherum einmal abgewaschen und am Ende gesaugt. Ich werde zwischendurch wie üblich nicht reden. Es gibt wieder nette Musik und ja, dann starte ich dann jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. 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 aus der Mikrowelle. Dann haben wir hier drei Beutel Pancakes. Das sind 26 Stück. Und dann haben wir noch zwei Beutel mit Bananenwaffeln. Das sind 16 Stück. Die kommen jetzt in Gefrischung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020